Und da geht es auch sofort schon wieder los, hey Leute, ich bin hier so voll im Anumfieber, ich mache einfach 3000 Folgen hintereinander, es macht wirklich unglaublich viel Spaß momentan, aber es gibt auch so viele Sachen, an die man denken muss und wenn man dann dauernd kommentiert, vergisst man einfach so vieles wieder, ich muss kurz einfach gerade mal erzählen, wie schwer es manchmal ist zu Let's Play, nein, das ist jetzt kein Wunderwerk, das kann im Grunde jeder, aber ich finde es halt schwer, so viele Sachen gleichzeitig zu machen, weil ich muss ja planen, überlegen, ich muss halt dabei reden, so ein bisschen wenigstens kommentieren, Wer mich kennt, weiß, ich kommentiere normal und labere viel mehr, in Anno ist es relativ wenig, aber ich versuche es halt wenigstens, aber es fällt mir hier regelmäßig sehr, 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 sehr schwer, so, wie sieht es jetzt hier aus, Methan, ach das hätte ich, nein, das hat ja nicht gespeichert, weil es abgestürzt ist, was war das denn jetzt gerade, jetzt weiß ich auch, warum wieder hier so viele Probleme voll, oder, hat es woanders hingebaut, ich weiß es nicht mehr, Ah, genau, doch, 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 so war das, so war das, ja, wir hatten ja die Inseln ja, die konnte man gar nicht mehr sehen in der letzten Folge, das war ein bisschen blöd, deswegen, hier haben wir wieder Methan, So, da könnten wir jetzt den letzten auch noch bauen und dann könnten wir eigentlich das Ganze outsourcen, und zwar, jetzt tu den Scheiß da weg, ähm, ah ne, genau, wir müssen ja, genau, so, das heißt, jetzt sind wir ja da schon mal im Plus, So, jetzt kümmern wir uns mal um diese Scheiß-Neuro-Implantate, die gehen mir so unglaublich auf die Eier, das glaubt ihr gar nicht, diese Scheiß-Neuro-Implantate, ähm, ja, Neuro, Neuro, Neuro-Implantate, hier, fette Miene, aber ich rede schon wieder, let's da, sie, fette Miene, Was? Produktion, verlangsamt, hier, wir werden für sie hier alles im Auge behalten, boah, dann bauen wir einfach jetzt hier auch sofort schon ein paar Häuschen, boah, wir kriegen so viele, wir haben jetzt 22.000 Leute, aber das geht immer noch relativ langsam, muss ich sagen, irgendwie, äh, könnte das was schneller gehen, na gut, So, was brauchen wir denn sonst noch, ähm, das hatten wir, äh, okay, genau, das bauen wir jetzt dann da auch dran, So, haben wir den Stroh, boah, Stroh haben wir auf jeden Fall noch genug, So, und dann könnten wir diese, ja, das könnten wir da hinbauen, gut, und auch sofort upgraden, das passt doch alles noch, Aber kein Geld mehr, okay Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion Das geht jetzt gleich alles runter, was braucht ihr denn nicht, okay, okay, okay Habe ich es schief gebaut? Habe ich es schief gebaut? Ne, habe ich nicht, habe ich Äh, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr davon, dann machen wir das so Ich weiß, den ist zu kalt, aber das werde ich gleich ändern Bitte halten Sie sich dabei an unserer Richtlinie Welche Richtlinie, denn der ist schon wieder, Leute Naja, mir geht das manchmal ein bisschen so auf den Keks, wenn er mir immer reinlabert hier So, was brauchen wir hier auf jeden Fall noch, was brauchen wir denn, was brauchen wir denn, was brauchen wir denn, was könnten wir denn noch machen Und dann, wie sieht es eigentlich aus, wird Konserven Okay, sollten wir ja auch, wir sollten uns mal wieder um Essen kümmern Sieht dann hier denn gar keiner ein, dann? Doch, stimmt, oder? Boah, jetzt gleich wieder ein Minus, was die Leute angeht So Ja, irgendwie so lasse ich das dann hier So, was, was bräuchten wir denn dann hier noch? Ah, Leute, dann bauen wir einfach hier noch mitten Ey, hier könnten wir einen guten Kraftwerk hinbauen Weniger für Strom als für Wärme eigentlich Aber wir wollten eigentlich nur eine Kleinigkeit machen Dann sind wir hier schon eine ganze Insel wieder am besiedeln Das ist so krass Wobei, da brauchen wir jetzt aber noch ganz viele Leute dazu Okay, Transportunternehmen brauchen wir auch noch eins Das können wir eigentlich hier irgendwo hinsetzen, oder? Ja, ne, das passt, okay Sind alle zufrieden? Wollt ihr aufsteigen? Ja, wie sieht es jetzt aus? Was ist hier Minus? Das ist egal Konserven, wir brauchen mehr Hier auf jeden Fall Ach, was? Wir haben keine Straßenanbindung? What the fuck? Keine Straßenanbindung? Was ist das? Hallo? 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 Was ist hier los? Weg Keine Verkehrs... Achso, dann... Ah ja! Okay, wir haben an der falschen Seite geguckt Äh, könnte ich dann hier denn irgendwie, oder? Hm, dumm gebaut Sehr dumm Sehr, sehr dumm gebaut Okay Dann müsste das doch eigentlich funktionieren Ne, kannst du ja auch hier, können wir auch ein bisschen erweitern Gut Dann sind wir hier im Plus Okay, Konserven, wir brauchen auf jeden Fall Äh, entweder das oder das Ja, dann Wir brauchen kein neues, wir erweitern einfach Das, das wir gerade haben Können wir gerade Können wir nicht Ach, Mist Dann kaufen wir uns ein paar Ja, das kann doch nicht so teuer sein Oder war das so teuer? Hier müssen wir mal Missionen machen Ich sag das immer Und dann machen wir es doch nicht Eins kostet Ein, das ist stark Ja, komm Wir haben eine halbe Million Wir haben eine halbe Million Das ist echt viel So Das ist jetzt, okay Perfekt Und wir brauchen Aluminium auch noch Mehr Aluminium Wir brauchen viel mehr eigentlich sogar Könnten wir uns das auch noch leisten Das kostet Ah, 5 Okay Sehr super gut Sehr super gut Okay 43 Wir könnten eigentlich noch mehr davon gebrauchen Aber das können wir uns nicht mehr leisten Oder? Ach, das braucht Doch 10 brauchen wir da wieder von Ganz ehrlich Dann kaufen wir das jetzt noch einmal Kaufen wir nochmal 10 Ähm Hier war das Was haben die da eigentlich? Was wollen die? Sie könnten etwas von bitten Das Versenken dieser Aggressoren ist eine Tragödie Aber unser Gebiet angreifbarer zu lassen Als es schon ist Wäre schlimmer Bringen Sie Angriffsdrohnen an Ihrem Kommandoschiff an Zerstören Sie Bombarder der Orbital Watch mit der Drohne Gute Arbeit Vielleicht habe ich mich in ihm geirrt Okay Dann machen wir das jetzt mal Beziehungsweise ich lasse das mal machen Und wir brauchen noch ein paar Arbeiter Wir brauchen weitere Arbeiter Hm Wie machen wir das hier? So, so Wir könnten Hier noch eine Straße hinsetzen Und machen wir das so Hier, das will ich noch upgraden Gut, 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 gut Das läuft auch Ach genau, dann könnten wir Das wollten wir noch upgraden Endlich sind wir mal im Plus Mit den Sachen hier Und Konserven geht auch einigermaßen Ah, wir brauchen noch mehr Leute Weil wir gerade upgradet haben So ein Mist Wer soll das alles essen? Gut So, was wollte ich jetzt eigentlich noch gemacht haben? Das weiß ich nicht Wir könnten ja mal wieder zurückgehen, ne? Gehen wir jetzt hier in die Strategiekarte wieder rein Gucken wir die Rote Versicht mal an So Wir haben, ähm Dass das hier nie so angezeigt wird Gut Sehr gut So, dann gehen wir jetzt hier Aber nochmal zurück Denn ich möchte den Auftrag machen Ist das so ein weiter Weg? Was ist denn mit denen? Hier ist auch irgendwas Ist das auch ein Auftrag? Oder ist das der? Ne, das ist nicht der Auftrag Waffendrohnen oder so, ne? Das sind Das ist die hier Ah, ich habe zweimal gedrückt Ich hatte eben schon gedrückt Bestätigt Zerstören sie Okay Wo sind die jetzt? Ach, das sind die dann Ach, das sind die hier Ne, das sind die nicht Mission verfügbar Hier ist noch eine Mission verfügbar Aber das wird doch nicht auf der Karte angezeigt, oder? Ich sehe es jedenfalls nicht Ist das denn Ach, das ist so eine Boja, oder? Oder was auch immer Was sind das denn für Schiffe? Wissenschafts... Okay Ja, kann man ja auch mitnehmen Oh, Raumhafen Raumhafen-Upgrade eingeleitet Okay Ja, wo sind die Dinger, die ich kaputt machen soll? Ich weiß das nicht Boah, wie cool das mittlerweile aussieht Und es schneit Und das Spiel verändert sich immer so krass Wenn das Wetter halt sich ein bisschen verändert Dann sieht das Spiel auch gleich ganz, 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 ganz anders aus Und das finde ich echt super Also, äh, irgendwie bin ich immer blind bei diesen Aufträgen Zerstört die Bom- Die Bombarder Der Objektiv-The-Watch mit der Drohne Wo sind denn die? Ich sehe wirklich auch sehr wenig gerade So, Drohne, komm mit Also, äh Bin gerade so ein bisschen aufgeschmissen Vorbereitungen für Raumhafen-Upgrade abgeschlossen Fassen Sie bloß nichts an Himmels Willen, ich sehe nichts mehr hier Das ist alles hier von mir Aber diese ganzen, dieser Verkehr auch hier mittlerweile Finde ich ja so super Ach, die können, ah, das können wir kaputt machen dann Okay, wir fahren jetzt einfach mal hier hin, ne Was soll das schon? Das ist vollkommen in Ordnung bestimmt So, sieht echt super aus hier mittlerweile Achso, Raumhafen, wollte ich gerade mal jetzt mal geguckt haben Ähm, wo ist jetzt der Raum, Raumhafen hier Und zwar können wir das jetzt machen Im Bau von Orbitaler Raumhafen abschließen Vollständigkeit Ah, okay Wir brauchen mehr Ressourcen Ach, Fusionsenergiezellen Na, das können wir ja sowieso erst später dann machen Himmels Willen, wo sind diese Schiffe? Also, wenn das einer weiß Haut das mal in die Kommentare Ich hab das jetzt bis Also, bis jetzt echt nicht gesehen Aber Wir haben natürlich auch andere Sachen zu tun Volle Kraft voraus Das kann man nicht machen Roger Das, das wird gehen Oh, geht das nicht Ist ja blöd Hallo, wo seid ihr denn alle? Normalerweise hab ich das immer dann irgendwie noch gesehen Ja gut, okay, dann Ich weiß es jetzt gerade nicht Aber das werde ich bestimmt Bestimmt später nochmal angehen Sollen wir mal weitergehen? Sollen wir mal weitermachen? Wir gehen mal wieder zur Erde zurück, ne? Ja, ja, das läuft alles Aha, hier Wir könnten noch ein Transportsystem bauen Und zwar Hierhin Oder hierhin Ja, gut Wir könnten auch noch ein Häuschen bauen Gut Gut, gut, gut Weil, ja Warum entwickelt ihr euch nicht? So glücklich wie ein Honigkuchen fährt Naja, das muss sich ja nicht jeder Entwickeln Aber das machen die bestimmt auch früher oder später noch Also haut gerne mal in die Kommentare Wenn ich da was übersehen hab Das mach ich ja häufiger Also Nicht ärgern Einfach in die Kommentare schreiben 1000 kostet dann die Route Je nachdem wie viel Ja klar Wenn mehr transportiert wird Wird natürlich die Route auch teurer Sollen wir gleich mal zum Mond? Was können wir eigentlich machen? Ah, das haben wir jetzt auch geschafft Jawoll 707.000 Kontolimit Wo ist denn unser Kontolimit eigentlich? Weiß ich gar nicht Brauchen echt auch mehr hiervon Wenn wir hier so eine Mission jetzt gleich mal angehen Aber jetzt erst nochmal da Nach dem rechten gucken Nach dem rechten und nach dem linken gucken Juhu Zack Oh, die wollen alle aufsteigen Ist das doch klar, warum sie in aller Munde sind? Oder auch nicht Diese dringende Angelegenheit würde ich gern ihrem Unternehmen überlassen Okay, was willst du denn? Äh, die Nein, das ist das hier Mar Hallo Marmorwege werden das Züpfelchen auf dem I sein Natürlich kann ich, äh Ah, Moment Gerade ruft ein Investor an Da muss ich rangehen Sie kümmern sich um alles richtig Sammeln Sie Marmorstein Nein, mit ihrem Fahrzeug Bringen Sie die Fracht zu Anthony Goodwins Schiff Marmor Analyse zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern Ach, guck mal, was hier wieder alles liegt Aber das ist kein Marmor, oder? Ach doch, hier ist Marmor Kannst du das mal sammeln? Ja, hier ist überall Marmor Super So, ich muss das mal wieder drehen, damit ich weiß, wo ich bin Ah, okay Mh, 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 mh Tja So Hast du gerade schon gefunden? Oh, hier ist noch viel mehr Wie sieht's denn aus dann hier mit der Statue? Joa Beginnt auf jeden Fall Der Bau Warum denn acht Stück? Das dauert ja ewig Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern Äh, es geht runter gerade Das ist nicht gut Oder entwickeln die sich gerade Weniger Manager Scheiß, die waren da Verstanden Was haben die denn dann? Nein Nein Na, hallo Bleib doch hier Ein Treffen? Ich wüsste nicht, worüber wir reden sollen Ja, wir sollten an Luxuskost vielleicht auch mal hier schon Überlegen zu bauen, damit die wenigstens mal wieder ein bisschen happy sind Weil die haben ja noch gar nichts bekommen Ähm Wir bauen einfach schon mal so ein bisschen Luxusgut, oder? Na, das müssen wir ja alles haben Okay Wir bauen das jetzt erstmal so nebeneinander Damit die schon mal ein bisschen happy sind Okay Das brauchen die auch noch So Viel ist das nicht, aber Ich finde das nicht gut, dass es jetzt so runter geht Oh, jetzt geht's sogar hoch Aber sehr krass sogar Nur, weil die das jetzt bekommen haben Ich habe das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse hier ernst genommen werden Logistiknetzwerk überlastet Sehr gut Sehr gut Na, da habe ich ja schon eins Aber ich glaube, das ist auch eher Ah, Marmor habe ich jetzt auch fast genug Gut Hier noch Oder? Wo haue ich das denn hin? Einfach hier mal Boah, das freut mich gerade voll Das freut mich dann auch Also echt viel zu tun momentan Das ist echt krass Ja, willst du dann hier hin? Hallo? Hallo? Was ist denn mit dem Schiff los? So Gut Gut, gut Ich habe das Gefühl, dass unsere Bedürfnisse Boah, die alle mit dem Marktplatz Was ist denn da los? Makellos ausgeführt Das muss ich zugeben Ein Freiwilliger wird benötigt Der sich um dieses Problem kümmert Ein Gärtner ist immer noch viel Arbeit Ja gut, das ist jetzt keine schwere Aufgabe Die habe ich ja schon locker erfüllt Ja, wie viele Marktplätze Informationszentren Soll ich denn jetzt noch bauen? Seien jetzt endlich mal alle zufrieden Oh ja, mir geht's gut Wir brauchen mehr Wasser Ja, weil ich mich sowieso schon länger mal drum gekümmert habe Keine Verkehrsanbindung Ja, super Wasser plus fünf Gut Aber das wird zum Ende hin richtig schwer noch Das alles so im Gleichgewicht zu behalten Ich weiß gar nicht, wie ich das hinbekommen soll Sorry, dass ich das hier weggemacht habe So Jetzt ist das wieder Besser aus So Wie viele Manager? 7.000 Steigt auf jeden Fall immer noch Ich bin gerade zu viel Bis zum Ende hinbekommen Also 球 Und bis zum Ende hinbekommen Und ist Und die unter Soja-Fabrik, die könnte ich woanders hin bauen. Ah fuck. Boah, wir brauchen noch viel mehr Soja. Wir brauchen mehr Energie. Gut, 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 dass wir eine weitere Insel hier haben. Boah, wird denn so ein Problem sonst? Ähm, hier. Zeitenkraftwerk. Warnung, unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, das bekommt ihr alles gleich. So, gut, 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 gut. Ja, wie sieht's, was habt ihr jetzt, Minus, 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 alles in Minus, das ist, ah Wein, okay, genau, da war ich ja gerade, ähm, also noch mehr Wein, noch mehr Wein, Weingute, Weingüter. Geil, ey. So, damit es auch geil aussieht, wir könnten Transport eigentlich mal wieder, guck, das passt auch hier. Immer noch, wir sind immer noch bei Minus, krass, 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 also noch mehr Wein, noch mehr, noch mehr Weingut. Wie rum habe ich das gebaut? Ja, so, das war genau so, genau. Oh, wir haben kein, äh, was ist das, Grafen, wir brauchen noch ein paar Grafen, kaufen wir uns einfach. Wo sind denn Grafen? Das kann man ja geil erkennen. In diesem Leben ist man entweder frisch oder halb. Du bist ja ein ganz schlauer. Okay. Plus vier, perfekt. Und wir brauchen Verjüngungskuren, noch ein paar Verjüngungskuren. So. Und Fleisch brauchen wir auch noch mehr. Boah, ich bin ja hier nur noch am Bauen. So krass, was die alles wollen auf einmal. Ich habe nichts mehr. Ich baue einfach mal eine zweite. Irgendwann upgrade ich das dann bestimmt. So, und hier noch ein Verkehrs- äh, Logistik. Gut. Dann läuft das ja hier. So. Und Biokost. Die Leute wollen Biokost. Viel Biokost. Wobei, was, äh, was, was haben wir denn eigentlich denn hier Biokost? Mhm. Was machen die denn da die ganze Zeit mit der Biokost? Das ist, es ist zum Heulen. So. Auch Grafen? Ja, krass. Okay. Ich kaufe mir noch mal kurz Grafen. Ohne Menschen wie mich würde hier nie etwas erledigt werden. Ja, ja, ist jetzt, ist jetzt auch gut, ne? 25.000 Leute haben wir jetzt hier beheimatet. Das ist schön. Und wir müssen wirklich eine Mission machen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also sofort am Anfang. Und zwar, ähm, wir brauchen Grafen alles Mögliche. Das wird sonst so ein Problem. Und in der übernächsten Folge geht es dann vielleicht zum Mond. Oder in der nächsten Folge schon. Da könnten wir dann ja mit einer halben Million auch mal gucken. So, Manager, 8600 schon. Steigt auf jeden Fall. Boah, haben wir Kosten, Alter. Alter Schwede. Gut. Ja, dann mache ich eine kurze Aufnahmepause an dieser Stelle. Und, äh, schreibt doch mal in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe. Ob, ja, vielleicht habt ihr noch Tipps, Verbesserungshinweise. Aber ich muss sagen, insgesamt sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem, wenn ich dann halt hier mir so die Brücke ansehe. Wie die alle hier, wie der ganze Verkehr hier drüber schwebt. Das sieht mega aus. Naja, mit diesen wunderschönen Impressionen sage ich dann bis zum nächsten Mal mit Anno 2205.